heute heißt es hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu let's play NHL 14 ich bin after the freak und ich begrüße euch zu part 18 heute heißt der gegner sc bern wir spielen zu hause und kennenz ist wieder zurück geile sache aber nilson ist leider immer noch verletzt aber zumindest ist jetzt hier warum ist hier Kampacioli man warte wo ist eigentlich was also gering ja das ist mir klar scheinen Kampacioli gegen kennenz ja was eben der ist doch gar nicht mehr verletzt eben hä oder weiter scheiß drauf aber ich dachte der wär nicht mehr verletzt irgendwie voll weit hinten rein jetzt gerade das verwirrt mich aber sollte gehen ich nehme sie für die gleichen nach der nächsten wieder auf also äh non stop hm non stop ja we are family leck mich am sack ich bin keine familie mit dem gegner ja nein da 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 ja ok geht zwar war vorwärts gleich noch so hm so hm 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 okay ich weiß auf side of side so bastel du ab durch die mitte mit dem schuss auf wer ist die schule die schule keine ahnung wer ist das die genannten kennen den gar nicht hier nur marken bürer tourte er während rietemann auf sich doch ich hasse rietemann nein spaß spaß ich hasse nicht ich hasse nicht rietemann ich hasse andere spiele von bären zum beispiel verräter geordner plus ja plus muss ich auch fassen warm ist was willst du sein in die fresse was gesagt willst du sein in die fresse ja genau zum glück ist früher im tor ich will nie verlaufen im echten spiel war es hier einfach 6 zu 0 für zsc sie hatten einen jungen torwart im tor also nicht mal 19 jährig ins gebühle klappt nicht leider gibt kein strafe bayerin wird schütteln was auch scheiße machen auch mal mit dem das tor geschossen kenne ich nicht weiß wie viel es ist peters die ture ja ja ach scheiße kein shutout leider nicht früher leider ist kein shutout schlecht pass auf side of side ja jetzt glaube ich sie das auf side ist ja jetzt glaube ich sie hallo spieler ja genau nein nein jetzt nicht schon wieder ein tor kassieren stopp stopp nein ach man was soll der Mist plötzlich Berni ist zwölfter und ich kassiere ein Tor ich hab gar nicht realisiert Berni ist der zwölfter mein Gott und ich bin so schlecht oder was boah ich check's nicht warum tun sie überhaupt nur eigentlich denn der satztorwart ins tor sie sind zwölfter sie denken wir haben sowieso nichts mehr zu gewinnen oder was das war auch schön das hatte was schönes wirklich das hatte was schönes mir ist so einfach sein pack wegnehmen zu lassen das hatte was schönes ja mit solchen schüssen kannst du kommst du nicht am tor vorbei man was versuche ich eigentlich oiaiaiaiaiai Jakob du bist so dumm ne bam ich hasse dich zu zweit gehen wir auf ihn drauf ja mann weißt du kommst du gleich in die zone und schon wirst du penetriert man ohne spaß wie willst du ein tor schießen kommst du über die blaue linie wirst du gleich penetriert von allen schwulen Bernern ja scheiße mann mhm nein ich hab nichts gegen Bernern noo ja nimm ihn danke ja wo wo ich will mich nicht mehr hinlegen mann ich 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 drücke einfach nicht mehr instinktiv x aber scheiß drauf eins zu eins letzte minute steve mccarthy also letzte minute des ersten drittels zweieinhalb sekunden verschlüsse oder was nein spaß ui schwierig eisig eisig lola bist du alleine opfer ja eins zu eins steht es nach 20 minuten und weiter geht's mit den weiteren 20 minuten von noch 40 zu spielen ich frage mich warum ich jetzt gerade nicht schießen konnte und warum was willst du man was willst du man gleichlicher versuch auch doch gut ja genau ja wir und alles es geht bitte sein was hätte das nein ich will sie nicht mehr sehen bionrichi fickt deine mutter in den arsch mann nein warte ich fickt deine mutter in den anus genau mein gott was war das flirla was war das ich muss sie nicht aufhören der kommt sowieso zu schwach oder was schick mich leck mich ja genau das doch oft seit mann ja kommt bis an die fresse oder was sie spürst du ja genau ja genau ja 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 das ist mit doch dem johann schon genau ja genau ja das kann ich ja auch wenn in der peck nicht ich verladen euch alle waren tickt euch doch wichser weißt du was man ist mir egal ob ich jetzt eine strafe habe oder nicht ja die strafe ist mir scheißegal mann so schade bam genau auf seite auf seite bis ab ist so ja genau am besten am besten es gibt noch ein tor genau fickt doch dein anus mann ich verliere noch gegen den zwölften ja klar so sieht's aus mann ja ja ich wollte gerade sagen am besten ich verliere jetzt gleich noch den pack ja genau ja das gibt keine strafe nein warum denn auch ja genau ja genau ja in der kick in mein pass gennau Komm, check die Hure weg. Ja, ich treffe nicht, Mama. Ich heiße Drachsla. Ja, mhm. Ich lasse den Pack nicht durch, denn ich bin... Ich bin nicht so... Ich bin nicht so programmiert. Aber mein Gegner schon. Aufside, aufside. Ich gebe hier so auf den Sack mit seinem Schuss. Aufside, aufside. Die ganze Zeit hörst du ihm, Mann. So, Mann. Solo-Action-Maction hier. Tor! Bald ist's Berge, Mann. Sack der Solo-Action, Mann. Anschlusstreffer. Fickt euch. Ja, ich bin gerade aufgeladen. Mhm. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. Nein. Das geht schon wieder gut los, Mann. Genau. Wahrscheinlich gibt's jetzt noch ein Tor. Komm, Shannon. Verlade ihn. Aufside, aufside. Halt. Verpiss dich hier, Mann. Schwör's dir. Ich geb dir einen in die Frisse. Pisser. Boah. Ich würde einfach so gern mal gegen einen Fight, Mann. Ich kann jetzt keine Pause machen. Ich kann jetzt keine Pause machen. gewonnen. Das find ich immerhin gut. Nein, Mann. Und der kommt, der passt einfach nicht an, Mann. So, Rüte, Mann, weg. Haha. Plus noch kurz anficken gehen. Nein. Das steckt niemand dort für den Nachschuss, Mann. Ja, warum dort nach unten, Mann? Fick steht im Slot. Dann muss Lechton natürlich, äh, Ball, äh, Blingbacher wählen, der unten steht. Genau. Hä? Wo ist der Päck? Ah, tut, tut. Lol, ich hab ihn. Was? Nein. Leck meine Nanos. Scheiße. Okay. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich trotzdem noch. Scheiße, 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 scheiße. Gut. Warum nach unten? Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Ja, Mann. Gute Ablenkung. Boah, schön, Flöller. Ja, klar, Mann. Warum nicht, ne? Ist ja sonst nicht, äh, nervig genug, ne? So, Bertschi. Dein Spiel. Shannon. Wo ist der Nachschuss, Mann? Du verpisst dich hier. Kapiert. Das ist unsere Halle, du Wichser. Hier. Regiert. Das ist, das ist, das ist, das ist. Ja. Ja, genau. Bam. Jetzt könntest du mich umhauen, du Wichser. Das ist so oft Wichser. Du Spast. Besser. Ja. Ganz geil. Fick meinen Anus, Mann. Fick meinen Anus. Fick meinen Anus. Es kann nicht wahr sein, Mann. Klar, genau. Ich schwör's dir. Mhm. Bam. Weißt du was, Mann? Ja, Mann, Strafe! Gib sie mir doch, die Strafe, Mann. I need your Strafe, du Pisser. Ja, genau. Ich schieß noch am Tor vorbei. Ja, kann ich vergessen. Ich werde nicht in neun Sekunden zwei Tore schießen können. Vor allem, wenn's noch ein Bulli von der Mitte gibt. Ja. Okay. Das war scheiße. wie ist ja was leute werden ist scheiße das fickt einfach meinen anus ja kann auch schneller das heißt es gegen gemmys er wird auswärts ganz geil auswärtsspieler ich liebste sau ich hoffe bern ist immer noch ja geil wenn bern jetzt gewinnt wenn jetzt gewinnt das ist einfach so es einfach gleich sieht wie wir oh mein gott genau und umbri hatte bis jetzt nur vier niederlagen wisst ihr was ich hoffe ihr seid auch das nächste mal wieder dabei wenn es heißt let's play nschl 14 ich bin euer fzzfreak mein gott ich wünsche euch einen schönen tag haut rein tschüss tschüss ja 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 ja